Manfred, ich glaube, wir haben ein ganz schön Glück mit dem Wetter heute und ich denke, wir kriegen auch prominente Begleitung. Wer soll denn da noch kommen? Na guck mal, da kommt er schon. Ihr seid doch sicherlich die beiden Detektive auf der Suche nach neuen Abenteuern. Genau, die sind wir. Ja, pass mal auf, ich habe noch eine Frage. Entschuldigen Sie für diesen Fahrradtrip nach Pankow. Jungs, ich habe einen Plan. Will was über die Prignitz erfahren? Ja Udo, bei uns bist du richtig. Wir sind die OPR Radler und fahren ein weiteres Mal für Lokal Total TV Pritzweig durch die Prignitz. Alles klar Günther, du alter Fahrrad Indianer. Ich mache dich jetzt zu meinem roten Planer. Beginnend am Bahnhof sucht man sich erstmal einen Knotenpunkt. Die Prignitz ist durchzogen von lotter Knotenpunkten für Radfahrer und da kann man sich dann super orientieren, weil man keine Karte braucht. An jedem Knotenpunkt eine Karte und da gucken wir mal, wo wir heute lang fahren. Unsere Tour startet am Bahnhof. Einmal kann man mit der Bahn anreisen, zum anderen sind dort genug Parkplätze, um sein Auto abzustellen und sind jetzt hier am Knotenpunkt 82. Fahren dann von der 82 die gesamte Polo Tour ab und zwar einmal durch die Innenstadt, dann Richtung Giesendorf. Von Giesendorf nach Kuhsdorf über Mesendorf. Wir treffen hier zum ersten Mal auf den Polo und dann entscheiden wir, ob es gleich nach Lindenberg geht oder ob wir erst nach Klein Woltersdorf fahren. Hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag. Hinterm Horizont immer weiter. Zusammen sind wir stark. Das mit uns ging so tief rein. Das kann nie zu Ende sein. Sowas Großes geht nicht einfach so vorbei. Manfred, Pritzwald kann man verlassen. Machen wir hier den ersten Stopp. Sind denn da schon die Gleise vom Polo? Nein, wie man sieht natürlich nicht. Die Gleise vom Polo sind viel schmaler als eine Schmalspubbahn. Der Polo im Übrigen ist kein Hühnchen, wie der eine oder andere von euch vielleicht denken könnte. Es ist eine Kleinbahn, die hier durch die Prignitz fuhr. Der Polo brachte die landwirtschaftlichen Produkte zu den Knotenpunkten der Region, also zu den großen Eisenbahnknotenpunkten. Und von dort wurden sie dann in die ganze Welt verteilt. Dann wieder rauf aufs Rad. Alter Falter, Günther, da war mir mal eben intergalaktisch die Puste einfach so weg. Ja, kein Wunder, wenn du dich den Berg hochquälst mit einer Hand am Hut, dass der nicht wegfliegt. Der Wind ist halt ganz schön. Wir sind hier auf der zweithöchsten Erhebung der Prignitz, sind über 130 Meter hoch. Ganz schön für diese Region. Und hinter uns die Kirche von Giesensdorf. Giesensdorf, Mitte des 14. Jahrhunderts erstmalig erwähnt. Die Kirche dann 100 Jahre später. Als Wehrkirche gebaut, konnte man sich hierher zurückziehen, wenn die Feinde zum Beispiel aus Mecklenburg lauerten. Und dann ist sie Mitte des 19. Jahrhunderts noch einmal umgebaut worden in der jetzigen Form. Die Orgel, die man dort drin sieht, ist im Übrigen auch eine Lütke Müller Orgel, der in Wittstock gewirkt hat, in Papenbruch geboren ist und über 200 Orgeln gebaut hat in seinem Leben. Der Großteil davon, der steht in der Prignitz. Es geht weiter. Ich bleib dein Begleiter. Ja, Günther, wo geht denn hier der Sonderzug nach Pankow? Ein Sonderzug fährt hier immer, aber niemals nach Pankow. Der Polo hat Sonderfahrtage, meist am Wochenende oder aber an Feiertagen. Da kann man dann mitfahren, 9 Kilometer bis nach Lindenberg. Und der Klaus, der war vor ein paar Tagen hier, hat ein wenig gefilmt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind hier bei der Polo Museumseisenbahn von Mesendorf nach Lindenberg. Wir sind ein Verein mit 120 ehrenamtlichen Hobby-Eisenbahnern und auch Nicht-Eisenbahnern und arbeiten hier historische Eisenbahntechnik auf und führen an den Wochenenden oder Fahrbetrieb durch und sind auch für Sonderfahrten buchbar. Außerdem gibt es in Lindenberg ein kleines Museum, wo die Geschichte der Kleinbahn erläutert wird. Ja, beim Polo ist historische Eisenbahntechnik also bis heute noch erlebbar. Unsere Fahrzeuge sind teilweise bis zu 120 Jahre alt und so dass man also auch vieles an den Maschinen und den Lokomotiven selber machen kann. Und für viele ist das hier auch ein Ausgleich zu ihrer Bürotätigkeit, dass sie sich am Wochenende mal richtig die Hände schmutzig machen können und richtig kräftig zupacken können. Ja, also ich darf heute mal auf der Lokomotive mitfahren und das ist für mich natürlich auch ein Höhepunkt, denn ich war 47 Jahre bei der Eisenbahn, bei der Deutschen Reichsbahn, Bundesbahn und DBAG und bin Eisenbahner und Modelleisenbahner mit Fleisch und Blut. Ja, unsere Fahrgäste sind natürlich Leute hier aus der Region, die das halt schon vielleicht auch noch von früher sogar kennen oder aber es gibt eben auch noch weiter Zugereiste, die das in Reiseführern gelesen haben oder von ihren Bekannten erfahren haben. Also wir haben hier großen, kleinen, jung und alt zu Gast von Berlin bis Hamburg. Ja, wir fahren hier von Mesendorf ins neun Kilometer entfernte Lindenberg, halten unterwegs einmal in Brückendorf. Der letzte Zug ist hier regulär auf der Strecke 1969 gefahren und die Tour, so wie wir sie heute fahren, ist erst seit 2007 wieder möglich. Auf dem Bahnsteig des Lebens fahren die Züge wieder los Tränen auf den Schienen, die Liebe war so groß Ein Kommen und Gehen, ein Kommen und Gehen Mit dem Koffer in der Hand Und wird es auch noch so schön Ein Kommen und Gehen, ein Kommen und Gehen Auf den ersten Blick ganz schön verwirrend. Viele Schilder, viele Hinweise, viele Touren. Wir sind kurz vor Groß Woltersdorf am Knotenpunkt 64 und hier in Groß Woltersdorf kann man wirklich ganz, ganz viel Zeit verbringen und viel erleben. Ob man Ruddeln geht, ob man schwimmen geht, ob man zeltet, man kann über die Naturlehrfahrt durch den Wald laufen oder aber den Märchenpark besuchen, es gibt dort Pavillon. Also die Möglichkeiten sind da, man muss sie nur nutzen und einiges davon wollen wir euch ja zeigen. Plötzlich bin ich wieder der kleine Junge, ganz spitz auf Lakritz, für den eine Expedition zum nächsten Block, weil wie ne Reise nach China ist. Der kleine Robinson Crusoe auf Entdeckungstour. Meiner Mutter Hermine missfielen die Onkel-Doktorspiele und meine Schwäche für Whisky-Dur. Das war ja bis jetzt eine richtig geile Tour, Günther. Aber ich habe gehört, du hast einen neuen Plan, du willst mit mir auf die Sommerrodelbahn. Ich würde mit dir jetzt wirklich gerne Schlitten fahren, aber wie es der Name schon sagt, es ist eine Sommerrodelbahn. Und in Groß Woltersdorf geht der Sommer bis zum 30. September, deswegen ist jetzt geschlossen. Die Bahn hat ja zu, könnte es höchstens versuchen, wenn man eine Gruppe hat, vorher anrufen und anmelden, dann würde man vielleicht drauf kommen. Wir sind keine Gruppe und müssen deswegen leider weiter. Na, dann los, auf unsere Rösser, wir sind die goldenen Reiter. Da war so viel los, das Leben gestört, aber schließlich aus Sensationen. Und jeder Tag brachte jede Menge fantastische Situationen. Einmal sind wir losgezogen, wir suchen das Ende vom Regenbogen. Wenn man die Straße von der Sommerrodelbahn hinuntergerollt ist, dann kommt man hinein nach Groß Woltersdorf. Und gleich am Anfang des Dorfes findet man den Kinder- und Jugendzeltplatz Groß Woltersdorf, betrieben vom War-Berge-Verein, der auch die Sommerrodelbahn und den Lehrpfad betreibt. Hier auf dem Kinderzeltplatz findet man alles, was so Zelten ausmacht. Einmal hat man einen See mit einem sehr schönen Badestrand. Man hat hier einen Kiosk, man hat Hütten, in denen man übernachten kann, eine sehr schöne Spielwiese, also alles, was das Herz begehrt. Allerdings, wenn man im Herbst unterwegs ist und man möchte sich irgendwo stärken, dann muss man alles einpacken, weil die Verpflegungsmöglichkeiten sind wirklich sehr begrenzt. Komm hier, bleib hier links. Wir waren völlig fertig und konnten's einfach nicht glauben. Und man sah große Ereignisse werfen ihre Schatten unter die Augen. Dann haben wir unser Blut vermischt mit Indianerversprechen. Und wir waren die zwei Geflippten, die durch nichts zu bremsen sind. Und wir schwammen gegen die Strömung und rannten gegen den Wind. Der Polo, wie er liebevoll genannt wird, verkehrte in der Prignitz auf über 100 Kilometern. Im Moment können davon 9 Kilometer befahren werden zwischen Mesenberg und Lindenberg. Und das hier, Brünkendorf, der Bahnhof, der so schick aussieht, ist der einzige Zwischenhalt. Im Übrigen, wie entstand denn der Name Polo? Gab's hier so viele Franzosen, die die Hühner transportiert haben? Franzosen gab's hier nicht. Auch wenig französisch sprechende Menschen. Aber es gab hier eine Försterei an den Gleisen. Und der Hund des Försters, der hieß Polo. Und immer wenn die Bahn vorbeigekommen ist, hat er gebellt wie verrückt. Und dann hat der Förster ihn zur Raison bringen wollen und hat immer gerufen Polo. Und so entstand dann der Name. Die Fahrgäste haben jedes Mal Polo vernommen, wenn sie vorbeigefahren sind. Und damit war der Name für die Bahn gegeben. Musik Ja, da möchte der kleine Odo doch mal ein bisschen tanzen hier, ja? Und dann Lindenberg. Günther, das ist ja ein Schild mit meinem Namen. Ich denke mal, du kannst mir mehr dazu sagen. Ja, guck mal. Einmal nicht nur deinen Namen, aber du wolltest ja unbedingt mit dem Sonderzug nach Pankow. Genau. Hier ist sogar Großpankow und da fährt man nicht mit dem Sonderzug hin, sondern entweder mit dem Fahrrad oder mit der Kleinbahn. Mit dem Polo, den wir schon öfter erwähnt haben. Mehr dazu erzähle ich dir aber am Museum. Alles klar, Ginterden. Hopp, in die Pedale, komm, johon. Gib Gas. Hoppy. Galoppy. Vieux Fanach. Utopia. Ja. 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 Die Pedalen ritter der Sonne entgegen, Günther. Die Titane ging unter. Doch hier in Lindenberg, da tobt das Leben. Ja. Genau, fangen wir mal ein bisschen langsamer bitte. Wir sind jetzt nämlich hier am Kleinbahnmuseum. Oh, das ist ja geil, weil hier gibt es eine ganze Menge zu erzählen bestimmt. Das Kleinbahnmuseum, vor dem wir uns hier befinden, hat natürlich nur geöffnet, wenn auch Fahrtage sind. Dann fährt hier auch eine Feldbahn für die Kinder auf einer 500 Meter Strecke immer im Kreis herum. Und dieses Kleinbahnmuseum ist in einem der wenig erhaltenen Gebäude, die noch aus der Originalzeit sind. Die Eröffnung der Kleinbahn fand 1897 statt. Die Bauern der Region wollten, wie gesagt, ihre landwirtschaftlichen Produkte an die großen Strecken haben, die zwischen Berlin und Hamburg gingen oder zwischen Berlin und Wittenberge. Und dazu war so eine Feldbahn super geeignet. An einem sonnigen Oktobertag wie heute, vor 124 Jahren, fand die Eröffnung der Prignitzer Kleinbahn statt. Und sie war dann bis 1971 im Betrieb. Danach verschwanden die Gleise ganz schnell, die Bahneinrichtungen, die Häuser. Und erst 1993 hat sich ein Verein gegründet, der dann die Reste übernommen hat, die Lokomotiven, die Waggons. Und wer sich für die Geschichte des Polos und der Prignitzer Kleinbahn interessiert und deren Technik, der sollte unbedingt an einem Fahrtag diese Tour machen, die wir heute unternehmen. Informationen dazu findet ihr im Internet. Madonna, du hast einen traurigen Blick. In Zeiten wie diesen ist heilig seine Schwer. Windstärke 10, würde ich mal sagen. Was mit dir passiert? Ja, die Haare sind abzack, zack, passiert. Ja, vielleicht haben wir ja Glück, Kehrberg soll ein Ort der Wunder gewesen sein. Wunder? Bin ich genau richtig? Vielleicht kommen die Haare wieder. Hier seht ihr hinter mir die Feldsteinkirche von Kehrberg, einem Saalbau. Der Ursprung, der stand schon im 12. Jahrhundert hier. Der Fachwerkturm ist erst im 19. Jahrhundert dort raufgekommen. Kehrberg, ein Dorf über zwei Kilometer lang. Auch das gibt es nicht allzu oft in der Prignitz. Wenn man durchfährt, wird man nicht sehr viele Leute sehen. Aber das Dorf lebt, kann ich euch sagen. Hier sollen sogar Wunder passiert sein. Einem Jungen, der als siebter Junge in der Familie geboren wurde, hat man damals Wunderkräfte nachgesagt. Die Zahl sieben war für Wunder bekannt. Und deswegen sind hier nach Kehrberg damals ganz viele Leute gepilgert, die Krankheiten hatten und wollten sich dann von ihm heilen lassen. Allerdings ist der Junge nicht allzu alt geworden. Und demzufolge waren seine Wunderkräfte wohl auch nicht allzu groß. Zumindest hat er sie nicht für sich anwenden können. Also Günther, mein alter Fahrradindianer, das war wirklich eine mega galaktische Tour, die du da mit mir gemacht hast. Alles klar. Und die Tour ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch ein wenig zu fahren. Also es liegt noch einiges vor uns. Aber ich würde nur sagen, wir fahren der Sonne entgegen und singen ein bisschen Horizont, klar? Ja, singen wir mal. Hinterm Horizont geht's. Meine Stimme gibt es nicht. Tja, die Leute sollen ja gucken. Kommen Sie mal ein bisschen Lala. Lalalala ist für alle anderen. Die können da mit dran. Günther, Morizont, immer weiter. Komm, mach mal ein bisschen Lalalala. Komm. Nee, ich habe keine Lust. Die alte Lerche singt. Geh raus jetzt hier. Verschwinde. Da kannst du singen, ganz alleine hinterm Zaun. Manfred, ich glaube, es fängt gleich an zu regnen. Lass uns auf die Räder setzen. Wir haben noch einiges an Kilometern vor uns. Du musst mir noch eine Frage beantworten, Günther. Wer war der Herr Lindenberg, der mit uns gefahren ist? Du kennst Herr Lindenberg nicht? Nein. Manfred? Nein. Das Dorf Lindenberg. Das hat mir gefallen. Das war schön. Aber der Herr Lindenberg. Komm. Lass uns fahren. Nimm dein Fahrrad und dann lass uns fahren. Ja, komm. Geht das so mit meinem Rad. Tschüss. Ah. Ja. 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 Vielen Dank.